Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Batman Arkham Knight. Wir sind das letzte Mal hier in Miyagani Island stehen geblieben, wo wir dabei waren ein paar Nebenmissionen zu machen und die werde ich jetzt auch direkt weitermachen. Ein paar Sachen haben wir noch offen, zum Beispiel hier Gotham in Flammen, dann haben wir noch eine weitere Leiche entdeckt und so wie die nächste Mission vom Riddler ist aufgetaucht und Manbad müssen wir auch noch erforschen. Als erstes kommen wir uns doch mal um die Feuerwache in Bristol. So, da haben wir die Feuerwache. Da kümmern wir uns doch direkt einmal drum. Ups, jetzt habe ich ganz den Dingens vergessen. Den Timer, aber dann wird die Folge halt ein bisschen länger. Ist ja auch nicht schlimm, oder? So, der Strom ist wieder an und Tagchen Firefly. Ja, das ist für mich ein Weichen, ja. Ist das so? Du wirst nicht mehr mit dich verbrennen. Niemand wird brennen. Wie machst du meine Flammen? So, langsam geht ihm der Sprit aus. So. Ich werde dich noch erwischen, Firefly. Ich glaube, wir sind diesem reizenden Pyramanen schon begegnet. Firefly. Es scheint, Scarecrow hat jedermann mitgeteilt, dass Gold's ihm heute Nacht bierlos ist. Er ist gefährlich, Alfred. Such nach weiteren Bränden. Oh, für Firefly kriegen wir sogar gleich ganze zwei Punkte auf einmal. Dann haben wir jetzt fünf Stück. Das heißt, wir können eine kleine, äh, unserem Batsuit endlich fertig upgraden. Zumindest was die Panzerung angeht. Die Greifhackenschübe werden die nächsten sein, obwohl ich glaube, ich werde erstmal das Batmobile noch fertig, ja, wir müssen das Batmobile erstmal noch fertig, ähm, panzern. So, Firefly. Dauert noch ein bisschen, bis wir den weitermachen können. Als nächstes kommt die Opern-Leiche. Die Opern-Leiche wird dann dieselbe Opern-Musik-Kirren in After the Tartal gespielt worden. Nekir, es ist mit mir! Fahr, Fahr! So. 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 Da ist es. So, dann schauen wir uns doch mal als erstes wieder die Haut an. Da haben wir was. Ein Tattoo. Oh, Narbengewebe. Okay. Oh, Glasaugel. So, was haben wir hier bei den Knochen? Aha. Interessant. Das Opfer heißt Lisa Mendes. Sie hatte eine unglückliche Kindheit, Sir. Sie verlor früh ihre Eltern, lebte in Pflegefamilien und nahm Drogen. Dennoch wurde sie eine rechtbegabte Surferin. Und so kam es auch zu der Hai-Attacke. Leider starb bei dieser ihr Freund. Sie arbeitete für einen Wohlzelliger Surfer in Tucson, Arizona, als sie verschwand. Hast du irgendwas entdeckt, was die Opfer verbindet? Ich kann keine persönliche oder berufliche Verbindung zwischen den Opfern ausmachen, aber jedes verschwand in der Nähe eines Parks oder Sportplatzes. Finde heraus, ob irgendwer was die Sorge verbindet. Sehr wohl, ich kümmere mich drum. Sehr gut. Zwei Leichen haben wir noch für uns. Was ist das, Batman ist hier? Was ist das, Batman ist hier? Was ist das, Batman? Was ist das, Batman? Mhm. Aha. Was meinst du, es könnte einen zweiten Batman geben? Wie viele gibt's denn? Um ehrlich zu sein, wäre ich froh, dass wir in der Barriere kommen, dann raus. So viel zu eurer Barriere. Bam, bam. So viel zu eurer Barriere. 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 Und der letzte geht down. So. Du. Du hast das, naja, du hast das Checkpoint-Controlgerät. Damit wäre der Checkpoint runtergefahren. An alle Einheiten, wir haben ein Checkpoint verloren. Stellung in Bein erhalten. Batman greift an. Nö, Batman ist schon raus. Die Panzerung des Batmobils wurde dann auch verstärkt. Und wir können die nächste Mission machen. Damit fehlen uns jetzt nur noch drei Missionen, also Nebenmissionen, die wir machen können. Ne, sogar noch mehr. Okay, da kommt noch eine hin. Da kommt, glaube ich, noch eine hin. Da müsste noch eine kommen. Da, da so, da so und da so. Dann machen wir als erstes Mal als nächstes den Hitler. So, auch faun das ein. Dann kommen wir leider aktuell noch nicht drauf. Das wäre der schnellste Weg. Ah, die vorletzte Drohne. Und die letzte. Ich glaube, das war tatsächlich auch der Rest von der Miliz hier auf Miyagani. Ja. Auf Miyagani ist nämlich auch keine Mine mehr. Auf Bleak Island ist noch eine einzige Mine. Ich glaube, später wird hier noch mal, äh, wird allgemein noch mal ein bisschen, äh, aufmunitioniert von der Miliz. Aber, vorerst, sind wir wieder komplett frei. Da brennt die nächste Feuerwache. Komm schon, Firefly. Ich glaube, auf jeder, äh, ich glaube, auf jeder Insel ist die Feuerwache, die brennt. So, wir müssen einfach nur dranbleiben, bis er seinen Sprit verbraucht hat. Das dauert nicht lange. Der Junge hat nicht den besten Verbrauch. Das ist nicht gut für die Umwelt, was du da in die Luft bläst. Ich lasse deine Haut knistern und brennen. Heute, dann führe ich dich tätend. Soll das Feuer nicht umgehen. So, und damit ist er so gut die Down. Nein. Beim nächsten Mal kriege ich dich, Flint. So, damit haben wir zwei weitere Punkte bekommen. Ich glaube, das... Ja, da brauchen wir noch einen Punkt, schade. Okay, dafür können wir jetzt aber als nächstes wirklich unsere, ähm... Wir sind ein bisschen näher gekommen, aber auch ein bisschen haben uns... Eigentlich haben wir uns ziemlich entfernt. Durch Firefly. Naja, egal. Wir sind ja bald da. Das Badmobile ist ja kurz sei Dank recht schnell. Halt. Ich glaube, da war gerade eben ein Riddler-Typ. Dachte ich, hätte ich aus dem Augenwinkel gesehen. Ich glaube, die haben wir schon. So, so, dunkler Ritter. Lust auf mehr? Erniedrig, nicht wahr? Nicht wahr? Die Gelegenheit, meine Großartigkeit zu sehen. Die aufkommende Erkenntnis bewahrlich unbedeutend. Wie wenig beachtenswert du wirklich bist. Ist das so? Riddler. Dann solltest du das Ganze noch ein bisschen aufhübschen vorher. Weil sonst wird da keine Schulklasse hinkommen. So, das nächste Rennen haben wir hier. Obwohl, ne, ist noch gar kein Rennen. Stimmt. Weißt du, Batman. Ich glaube nicht, dass du das hier ausfährst. Ich glaube nicht, dass du das hier ausfährst. Moment, äh, weiß ist ausgefahren. Ja, gut. Das ist nicht nur ein Infekennz-Test, dunkler Ritter. Ich teste auch noch dein Geschick. Schade. Okay. Nein, wir wollen... Wir wollen Batman nicht da drin haben. Steckst du fest? Jetzt schon? Jetzt schon? Ich kann es kaum glauben, aber... Ich bin tatsächlich irgendwie enttäuscht. Wie enttäuscht. Oh. 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 Okay, ich stecke ihn noch nicht direkt fest. Wir müssen nur ein bisschen umdisponieren vorher. Achso. Batman kann jetzt rumbleiben. Oder auch nicht. Nur einmal aktivieren. Die Batmobil-Termsteuerung könnte hilfreich sein. Ja, ja. Fuck. Doch bin ich dämlich. Fuck. So, das Ding geht wieder zurück. Was war denn noch raus hier? Zack. Zack. Wieder umschalten. Oh, da geht es ja noch weiter zurück. Ups. Okay. Ich muss da definitiv früh aufmachen. Ja, ist ja gut. Wir kriegen das hin. Noch in dieser Folge. Danach wird die Folge dann zwar vorbei sein, aber wir kriegen das hin. Stufenanstieg? Hm. Wir brauchen einen Punkt. So. Du musst diese Fläche mit Strom versorgen. Detektiv. 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 So. Loop. Redmobil-Steuerung. Das ist nicht nur ein Intelligenztest, der Ritter. Ich feste auch noch deine Schäden. Ah. Oh. Dann drücke ich immer zweimal bei so einem Scheiß. So, Batman muss aussteigen. Darüber. So. So, sehr schön. So, sehr schön. So, ist es geschafft oder bist blindlings zum Sieg gestolpert? Zeit sich um den Schlüssel zu kümmern. Kümmern, kümmern, kümmern. Nun denn, Detektiv, hüpfe auf die Druckplatte neben mir. Hör gut zu, dunkler Ritter. Das ist deine Freunde. Oh, Mann. Im Weißverlauf ist eine Reihe Glasschränke von Fatwoman aufgetaucht. Das stimmt doch, oder mein Schatz? Ich seh sie, Eddie. So. Gut. In einem dieser Schränke steckt der erste Schlüssel. In den anderen? Dem hier. Okay, Batman. Mal sehen, ob du wirklich so schlau bist. Eins erledigt. Sehr schön. Zwei Punkte haben wir bekommen. Huch, was denn das? Verstärktes Batmobile, um im Verfolgungsmodus das zu steuern, einzelner Drohnen zu ermöglichen. Yo. Bam. Das sah geil aus gerade. Guter Punkt. Gut. Das machen wir aber auch erst in der nächsten Folge. Gut, ich warte noch kurz, bis sie fertig gesprochen haben. Los, jetzt. Los, jetzt. Los, jetzt. Oh, Batman. Da ist eine große, mysteriöse, grüne Tür. Ja. Ja, genau. Kommt zurück zum Weißenhaus, Batman. Dann lasse ich euch beide durch. Dann lasse ich euch beide durch. Gut. Dann würde ich aber sagen, sehen wir uns erst in der nächsten Folge wieder von Let's Play Batman Arkham Knight. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss.